hey leute ich bin stefan in den usa in den outlets geld sparen in meinem video in den usa gibt es zahlreiche outlets ich bin hier in las vegas kommt rein bevor das shoppen losgeht erstens geh auf die seite von premium outlet.com zweitens registriere dich als vip member und das kostenlos und drittens bestelle dir ein korporheft und das korporheft holst du mit deinem code hier an informationen aber so sieht das aus und das zeige ich jetzt vor und das korporheft heißt hier saving passport und das zeigst du einfach bei deinem einkauf vor und schaust natürlich vorher wo du die prozente bekommst wenn du gleich morgens zum beispiel 9.30 Uhr hierher kommst du bist du fast alleine und alle geschäfte sind schon offen hier bei Timbaland zum beispiel bekomme ich zehn prozent wegen der vip und nochmal 20 prozent rabatt eine weitere möglichkeit ist zum beispiel wie hier bei hilfiger eine kleinigkeit zu kaufen geh dann zur kasse bezahle dann bekommst du zum beispiel einen neuen kupon für kevin klein bei kevin klein kannst du dann den 20 prozent kupon einlösen die rabatte von kevin klein mitnehmen und noch einen rabatt von hier mitnehmen bei kevin klein bekommst du dann wieder ein kupon für 20 prozent diesmal für hilfiger kommst also zurück löst die 20 prozent ein plus die 50 prozent von hier zum beispiel und nochmal prozent von hier diesen rabatten sparst du richtig kohle ein richtiger ein 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 Okay, das sind zum Beispiel die ganzen Coupons hier. Ich habe 5 Dollar bei Hilfiger, nochmal 15% beim nächsten Besuch bei Calvin Klein und nochmal bei Van Häusen 10%. Und das Geld, was du hier gespart hast, kannst du auch gleich wieder in Essen investieren. Wenn du dann an der Kasse bist, gibst du deine E-Mail-Adresse an. Dann bekommst du eine E-Mail mit weiteren Coupons, die du wiederum einlösen kannst. Achte unbedingt auf Mängel hier, denn die Mitarbeiter nehmen es nicht ganz so genau. Und du möchtest doch hier keine reduzierte Ware nehmen mit Mängeln. Bei Essex habe ich jetzt 10% plus 50% der Schuhe gespart. In welchen Geschäften ist es tatsächlich besser? Du nimmst ein zweites Teil, denn das bekommst du zu 50% Rabatt. Ist nicht in allen Geschäften so, aber in einigen. Die Anzahl der Geschäften mit über 100 ist riesig. Du hast die Auswahl zwischen Tommy Hilfiger, Calvin Klein und noch ganz, ganz viele anderen hochklassigen Geschäften. Also viel Spaß beim Shoppen hier. Eine Alternative zu Las Vegas ist zum Beispiel das Outlet in Gilroy, das zwischen Los Angeles und San Francisco liegt. Das ist so groß, dass du mit dem Auto teilweise zu den Geschäften vorfahren musst, weil sonst musst du viel zu weit laufen. Wie du gesehen hast, kannst du mit ein paar Tricks eine Menge Geld sparen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir mein Video gefallen hat, drück den Daumen hoch. Abonnier meinen Kanal, dann bleibst du auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.